Das Leben hat absolut bei jedem Einzelnen von uns seine Höhen und Tiefen. Es ist menschlich, Dinge zu hinterfragen, sich mit Entscheidungen nicht mehr wohlzufühlen und seine Meinung zu ändern. Manche Dinge scheinen zunächst perfekt, entpuppen sich dann aber als unerträglich. Was wir heute gut finden, gefällt uns in einem Jahr vielleicht nicht mehr. Das ist eigentlich völlig in Ordnung, vorausgesetzt man steht dazu. Bei dem ein oder anderen Menschen scheint Klarheit in solchen Situationen aber ein Fremdwort zu sein. Das Ehepaar Ruffwell erlebt eine wunderschöne Zeit miteinander. In ihrem Umfeld sind sie als Traumpaar angesehen, das einen respektvollen Umgang miteinander hat und immer noch so verliebt ist wie am ersten Tag. Diese Fälle beschäftigen mich sehr, denn auch in dieser Story entpuppt sich der sympathische und liebende Partner als egoistisches und kaltblütiges Monster. Jennifer Ruffwell wird am 20. November 1990 in Kansas geboren. Sie ist eine ehrgeizige und sehr beliebte junge Frau, die gerne die Welt bereist und zwischen Beruf und Abenteuer immer Zeit findet, um den engen Kontakt zu Familie und Freunden zu pflegen. Jennifer macht ihren Bachelor in Ingenieurwesen und ist sehr erfolgreich in dem, was sie tut. Während ihrer Studienzeit trifft sie im Jahr 2013 ihren späteren Ehemann Bo Rothwell, der ebenfalls im Ingenieurwesen ist. Bo wird als sehr in sich geruhter, ausgeglichener Mensch beschrieben. Seine engsten Freunde sagen, dass sie ihn noch nie aggressiv erlebt haben und sie nicht mal wüssten, ob Bo fähig dazu ist, seine Stimme zu erheben. Er ist ein sehr angenehmer, verständnisvoller Mensch, der die Hürden im Leben vernünftig und ruhig angeht, womit er immer erfolgreich ist. Für Jennifer ist er ein absoluter Traummann. 2015 heiratet das Paar und kauft sich ein Haus in Missouri. Sie genießen ihr Leben in vollen Zügen. Bo sagt, dass Jennifer seine beste Freundin und Traumfrau sei und dass sein Eheglück eine Vaterschaft einschließt. Nach einigen Jahren der Ehe sind sie soweit und wollen ihr Glück mit einem Baby krönen. Leider klappt das nicht sofort, da Jennifer nicht auf Anhieb schwanger wird. Es folgen viele Arztbesuche und Behandlungen, viele Monate der Hoffnung und der Versuche, bis es dann endlich klappt. 2019 ist sie schwanger. Nun könnten die beiden ihr Glück feiern und sich gemeinsam aufs Baby freuen, oder? Ich würde es ihnen wirklich von Herzen wünschen, aber wir sind heute hier und ihr wisst, was das bedeutet. Es ist der 11. November 2019. Bo kontaktiert die Polizei, um seine 28-jährige Frau als vermisst zu melden. Er sagt, dass sie am Abend nicht wie gewohnt von der Arbeit nach Hause kam, was ihm sofort Sorgen bereitet. Also zumindest gibt er das vor. Da es an diesem kalten Winterabend sehr stürmisch ist, macht er sich Sorgen, dass sie auf dem Weg einen Unfall gehabt haben könnte. Am nächsten Tag ist immer noch keine Spur von Jennifer, also macht Bo einen Facebook-Post, um alle über das Verschwinden seiner Frau in Kenntnis zu setzen und um Hilfe zu bitten. In diesem Post steht folgendes. Die meisten von euch werden es sicherlich schon wissen, aber meine Frau Jennifer wird seit gestern Abend vermisst. Die Polizei ist schon alarmiert und es wird nach ihr gesucht. Ich bitte euch darum, mich oder die Polizei zu kontaktieren, wenn ihr etwas hört oder Informationen habt, die helfen könnten. Sowohl die Polizei als auch Bo und viele freiwillige Helfer starten die Suche nach der Vermissten. Ihre gewohnten Strecken werden abgesucht. Sehr bald finden die Ermittler Jennifers parkendes Auto in einem Gewerbegebiet. Darin befindet sich auch ihr Handy. Unfall wird somit ausgeschlossen, dennoch fehlt jede Spur von ihr. Doch dann werden die Ermittler auf Bo aufmerksam. Warum? Nun ja, um die Suche nach Jennifer erfolgreich durchzuführen, bedarf es Abklärung aller möglichen Spuren und Hinweise. So ist es üblich, dass auch das Zuhause der Vermissten durchsucht wird. Bo, der sorgende Ehemann, lehnt die Spurensuche in seinem Haus aber ab. Sein Handy möchte er genauso wenig für die Ermittlungen abgeben. Okay, jetzt ernsthaft. Du sorgst dich um deine Frau und hoffst inständig, dass sie gefunden wird. Möchtest aber im Gegenzug alle Ermittlungen behindern, die den Fall schneller weiterbringen könnten? Sehr kluger Zug, Bo. Natürlich ist das eine rote Flagge für die Ermittler. Während sie einen Durchsuchungsbefehl beantragen, nehmen sie den scheinheiligen Ehemann unter die Lupe. Dabei stellt sich Interessantes heraus. Bo war am Tag vor Jennifers Verschwinden dabei gefilmt worden, wie er einen kleinen Einkauf tätigte. Im Einkaufskorb landen Bleichmittel, Putzhandschuhe und Unmengen an Papiertüchern. Als die Ermittler das Haus dann endlich betreten, nehmen sie einen beißenden Geruch aus dem Keller warm. Dabei handelt es sich um den unverkennlichen Geruch von Bleichmittel. Im Keller angekommen, erwartet sie am Fuße der Treppe ein durchtränkter Teppich. Bo hat außerdem einen Heizer auf den Teppich gestellt, um ihn so schnell wie möglich wieder trocken zu bekommen, nachdem er offensichtlich einen riesengroßen Fleck entfernen wollte. Besonders erfolgreich war seine Putzaktion aber zum Glück nicht, denn es wird eine erschreckend große Menge an Blut im und unter dem Teppich festgestellt. Wie sich später herausstellt, handelt es sich um das Blut von Jennifer. Schnell wird klar, dass sie diesen Blutverlust nicht überlebt haben kann, weshalb Bo nun als dringend Tatverdächtiger festgenommen wird. In U-Haft angekommen, nimmt er sich einen Anwalt. Am 18. November, also sechs Tage später, entscheidet er sich dazu, zu kooperieren und den Ermittlern zu erzählen, wo Jennifers Körper liegt. Die Ermittler erwartet einen herzzerreißender Anblick, als sie Jennifer etwa 75 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt finden. Sie liegt zusammengekauert und nackt im Gebüsch neben einer Straße. Sie hat einen schwarzen Plastikbeutel über ihren Kopf gestülpt. Vermutlich wollte Bo ihr Gesicht nicht sehen, während er sie dort wie einen Müllsack wegwirft und liegen lässt. Offensichtlich wurde sie von Tieren gefunden, denn ihr Gesicht wurde regelrecht zerkaut. Erinnert ihr euch an den Fall Chris Watts, der Mann, der seiner kompletten Familie das Leben nimmt, weil er spontan doch lieber mit seiner Affäre durchbrennen wollte und dafür eine Hochleistung an Schauspiel an den Tag legte? Der Mann, der völlig verzweifelt allen vorlog, dass er doch einfach nur seine Familie zurückhaben will, die vermisst wird. Obwohl ich mich mit Hunderten solcher Fälle befasst habe, kann ich mir wirklich immer noch nicht erklären, wie Menschen zu so etwas in der Lage sind, aus dem lächerlichen Grund, weil sie mit ihrer Affäre ein neues Leben starten möchten. Ich meine selbst wenn, schnapp sie dir und geh, sei kurz der Buhmann, aber lass um Himmels Willen alle am Leben. Leider entschied Bo sich für dieselbe hirnlose Vorgehensweise. Denn ja, auch Bo hatte eine Affäre. Und die begründet er wie folgt. Die stressige und hoffnungslose Zeit, in der Jennifer und er versuchten, schwanger zu werden, nahm ihn so sehr mit, dass er einen Ausgleich brauchte. Die gemeinsamen Nächte mit seiner Frau fühlten sich für ihn an, wie das Abarbeiten eines Eisprungkalenders. Es hatte nichts mehr mit Lust zu tun. Seine Affäre konnte ihm das geben, was ihm fehlte. Er wollte das Ganze aber angeblich zeitnah wieder beenden, sagt er. Was natürlich auch nicht ganz stimmte, denn die Ermittler finden an seinem Arbeitsplatz eine Pro- und Kontraliste, die er vor der Tat anfertigte. Auf dieser Liste wägt er ab, welche Vor- und Nachteile eine Trennung von seiner Frau mit sich ziehen würden. Ich lese mal vor, was er da schrieb. Die Vorteile, wenn er seine Frau verlässt? Besseres Piep-Leben, schöneres Leben, mehr Respekt, mehr Wertschätzung, potenziell nettere Familie, Neustart. Die Nachteile, wenn er seine Frau verlässt? Jennifer und ihre Familie, ich müsste umziehen, die Hälfte meines Eigentums und Geldes, vermutlich einen neuen Job suchen, die meisten meiner Freunde werden enttäuscht von mir sein, die Enttäuschung meiner Familie, das Kind annehmen mit all den Problemen. Außerdem schreibt er dazu, ist dieser Preis zu hoch? Die Liste wurde von ihm selbst auf den 31. Juli 2019 datiert, also ca. dreieinhalb Monate vor Jennifer's Tod. Interessant, dass er sich diese Gedanken alleine machte, ohne mit seiner Frau darüber zu sprechen. Jedenfalls werden Textnachrichten sichergestellt, in denen Beau seiner neuen Liebe erzählt, dass ein Teil von ihm nicht möchte, dass diese Schwangerschaft funktioniert. Er schreibt, wenn eine Fehlgeburt oder etwas anderes passiert, dann verlasse ich Jennifer und kann endlich mit dir zusammen sein. Vor Gericht gesteht er die Tat, die laut ihm ein Unfall war. Aber ich zitiere, wenn eine Fehlgeburt oder etwas anderes passiert, klingt für mich wie ein Plan und nicht wie ein Unfall. Außerdem wird bekannt, dass Jennifer in ihrer Google-Suche etwas ziemlich Erschreckendes eingetippt hat, kurz vor der Tat. Sie suchte nach, was tun, wenn der Ehemann gegen die Schwangerschaft ist. Hat sie schon etwas geahnt? Wir kommen zur Aussage, die Beau selbst vor Gericht tätigt, weil er dachte, er könnte damit Vorteile für sich rausschlagen. Das Gegenteil passiert, denn er erwähnt ein spezielles Detail, das die Anklage auf Mord ersten Grades hochstuft. Er ging aber davon aus, dass er seine Story vom Handeln im Affekt durchbekommt. Beau sagt aus, dass er am 12. November eine Auseinandersetzung mit Jennifer hat, als sie beide in der Küche sitzen. Jennifer ist zu diesem Zeitpunkt in der sechsten Woche schwanger. Er sagt, dass er ihr seine Affäre gebeichtet hat, worauf sie natürlich am Boden zerstört ist. Weiter sagt er aus, dass Jennifer daraufhin behauptete, auch eine Affäre zu haben und dass sogar das Kind möglicherweise nicht von ihm sei. Ich meine, selbst wenn sie das gesagt hat, glaube ich weniger, dass das der Wahrheit entspricht. Ich vermute, sie wollte ihn in diesem schockierenden Moment dasselbe fühlen lassen. Aber ich lese gerne in den Kommentaren eure Theorie dazu. Beau sagt, er kochte vor Wut, wegen dem, was Jennifer sagte. Sie sei also schuld an der Tragödie. Im Affekt schnappt er sich laut eigener Aussage einen Hammer, der ganz zufällig auf dem Küchentresen lag und verpasst seiner schwangeren Frau einen Schlag auf den Kopf. Als Jennifer in Richtung Kellertür läuft, bekommt er Panik, dass sie abhaut, angeblich. Er verpasst ihr einen zweiten Schlag, der verursacht, dass sie die Kellertreppe hinunterstürzt und leblos auf dem Teppich liegt. Dann eilt er zu ihr und stellt verzweifelt fest, dass sie nicht mehr atmet. Der zweite Schlag macht die Staatsanwaltschaft aufmerksam. Dieser Schlag beweist, dass Beau eiskalt vorhatte, seine Frau lebensgefährlich zu verletzen. Im Affekt schlägt man kein zweites Mal zu. Ihre Verletzungen waren laut dem untersuchenden Arzt so schwer, dass sie einem extremen Autounfall ähnelten. So soll ihr Schädel mit heftigsten Schlägen zertrümmert worden sein. Diese Verletzungen können nicht im Affekt während eines Streits passiert sein, wo dem Ehemann die Hand mal blöd ausrutscht. Die Beweisbilder der Ermittler sind zum Teil so schrecklich, dass einige der Geschworenen ihren Kopf wegdrehen, weil sie den Anblick nicht ertragen. Beau muss auf brutalste Weise mehrfach auf sie eingeschlagen haben. Seine letzten Worte an Jennifers Familie vor Gericht waren, Worte können nicht beschreiben, wie leid es mir tut. Das alles hätte niemals passieren dürfen. Ich sehe ihr Gesicht jede Nacht vor meinen Augen. Ich kann sie nicht vergessen. Die Geschworenen fällen ihre Entscheidung erstaunlich schnell. Beau wird für schuldig befunden und bekommt eine lebenslange Haftstrafe ohne Möglichkeit auf frühzeitige Entlassung. Es ist sogar die Rede von einer möglichen Todesstrafe, die in Missouri noch erlaubt ist. Er hat tatsächlich noch Kontakt zu seiner früheren Affäre. Natürlich vom Gefängnis aus. Die beiden sollen angeblich fast täglich miteinander sprechen. Möchte auch gerne mal verstehen, was im Kopf dieser Dame vorgeht, aber das Stockholm-Syndrom sprechen wir ein anderes Mal genauer an. Was denkt ihr über diesen Fall? Hat Beau diese Tat geplant? Glaubt ihr seiner Aussage, dass alles aus dem Affekt heraus passierte? Hat Beau, der lebende, immer ausgeglichene Ehemann, sich doch zu sehr in seine Affäre verliebt? Meint ihr, dass ein Mensch ein paar Wochen vorher hoffnungsvoll ein Kind plant, nur um alles spontan wieder über Bord zu werfen? Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinungen dazu.